Meinsinn Leute und... Ach fuck, ich brauch was anderes. Herzlich Willkommen zu Let's Play The Legend of Zelda, a Link! Ne, Link ist aber ein Kidding. Ich wollte schon Typ Past sagen, das wäre gelogen. So, erstmal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Hallo? Hallo, tötest du dich jetzt mit Bitte? Also die Fledermaus, nicht ich mich... Ficken, okay, ich mich doch. Ich hätt springen sollen. Ja, safe and continue. Weil ich's kann. Haben wir hier vielleicht mal irgendwie Herzen? Nein. Wir sind jetzt im Sumpf-Dungeon, nenn ich's mal. Und mittlerweile hab ich das geile Kraftarmband. So, da kann ich auch im Dunkeln, ihr Pisser. Ja, gebt mir auch einen Schaden. Ah, das kann ich hier nicht im Dunkeln machen. Ah, ich wollt schon sagen. Da brauch ich wieder meine Fee dafür. Meine voll geile. War klar, hier, geh mal verrecken, Junge. Äh, wow! Pff, das hat sich nicht gelohnt. Ich bin drüber gesprungen! Nein! Egal, dafür ist es praktisch, weil jetzt sind wir am Anfang. Brauch ich den Weg nicht zurücklatschen. Das war ein Shortcut, ein ungewollter. Ach, ich muss jetzt hier wieder das Licht... Also, das find ich bisschen kacke, aber das ist halt so bei den Gameboy ähnlichen Versionen. Hab ich jetzt wieder noch genug Schlüssel, um nach unten zu gehen? Oder muss ich irgendwo einen ganz krassen Schlüssel finden? Wahrscheinlich muss ich die Shy Guy Scheißer kaputt machen, ne? Scheiße, ja. Hab keinen. Fuck. Soll ich mal... Ne, da kam ich ja nicht lang, da waren... Ups, da war ja die Shy Guy Scheißer. Hm. Tudim. Da war nix. Da hab ich jetzt keine Zeit für. Puder brauche ich gerade nicht, wüsste ich jetzt nicht. So, Kinders. Ähm... Machen wir mal ein bisschen anders. Man kann ja auch irgendwie scheißen, ne? Beschei... Was, Mann? Ihr seid ja gegen Immun? Oh, leck mich doch, das ist doch nicht wahr. Wie soll ich denn das jetzt machen? Also... Ich bin jetzt nicht so der krasse Kombinierer. Und wenn ich mich umdrehe... Weißt du, dich bomben wäre das ja kein Problem. Ich muss die irgendwie... So... Ja. Ich finde das auch kacke, dass das andauernd da erscheint. Wenn ich das jetzt nur anklicken würde, hätte ich Verständnis dafür. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Wieso... Finde ich jetzt... So. Du müsstest dich ja trotzdem auch treffen. Geht doch. Bisschen um die Ecke, aber... Boah Junge, ich will das Video einfach nur fertig machen. So. Da hätten wir den geilen Schlüssel, jetzt kann ich den ganzen Scheiß nämlich... Oh fuck, ich springe auch noch... Pfff. Das war dämlich. Das war wirklich eine typische Siff-Aktion. Ah. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich musste es machen, oder? Ja. Sonst war ich da nicht rüberbekommen. Danke. Gib mir den. Klang so ein bisschen wie bei Pokémon. Wie so eine Elektroattacke. Ach scheiße, leck mich doch. So. Jetzt aber. Na unten. Oh, nicht schon wieder so ein Wichser. Ja. Wow, die sehen unglaublich schwer aus. Ich habe zwar ein Kraftarmband, mit dem ich die Scheiße hochheben könnte, aber da denke ich ja nicht mehr im Traum dran, ne? Oh, weißt du, was leckt mich? Dann mache ich jetzt erstmal die Pötte weg. Das nervt mich nämlich extrem. Fick dich, dass du dagegen immun bist. So. Mehr Kampf-Areal. Bam. Wow! Ich habe einen scheiß Kompass bekommen. Ernsthaft? Wow! Ja, ich hätte gerne den Key of Nightmare gedönst. Ja, halt deine Fresse, gib mir doch einfach das Scheiß-Teil. Alter, umsonst, umsonst die ganze Kacke gemacht. Nicht kostenlos, sondern einfach nur umsonst. Wow. Ich bin tiefst unbeeindruckt. Ja, Schnauze. Aber da hier kein Mip-Mip-Mip-Mip ist, brauche ich die jetzt auch nicht besiegen. Weil jetzt habe ich ja den mächtigen Kompass, der mir sagt, oh ja, das war richtig oder oh, das war falsch. So, leck mich. Ich könnte schon ganz alleine nicht drüber springen. Ups. Fuck. Wenn da einfach das Maul aufreißt, ne? Und da auch noch Sif heißt, dann ist vorbei. So. Guck mal. Im Dunkeln. Dabei sehe ich schlecht. Oh, okay. Ähm. Also wir sind jetzt wieder im Demtrakt. Das heißt, ich habe hier irgendwas übersehen. Das Vieh meint ja irgendwas mit Stahlos. Ach. Das ist echt... Also die Tafeln meine ich mit Vieh. Oh, wow. Cool. Danke, Fledermaus. Nein. Hier, verrecket. Ich gehe mich einmal oben umsehen. So. Ach. Ich wollte auch gerade ins Menü, du Bimbo. Moai. Hier, für dich. Scheißvieh. Ah. Muss ich jetzt wieder da oben mit Ding umstellen? Aber vorher, bam. Das wird jetzt so eine Hin und Her Rennerei. L intellinerei Weißt du vor allem jetzt mit dem scheiß Abendwand, der Junne... Der pumpt jetzt wirklich extrem hart, weil er mich vorher in seinem Leben im Leben noch nie machen muss, Nach meiner Meinung sei das ich richtig schwer tragen. Soll ich mir merken, dass hier Herzen drunter waren. Okay hier ist nix als Verachtung. Oh Junge, du bist echt hart, krass nervig im Weg. Nein. So, leck mich. Ich glaube, das wird zu weit sein, oder? Ach, scheiße, aber nur gerade so. Oh, yo, dann einfach mal eben rüber teleportieren. Kein Ding, Finking. Ich weiß nicht, meinten die das hier mit dem Rätsel, dass ich... Ich glaube, oder? Ich sollte erst die Stimmen, also die Scheiße-Fledermäuse machen und dann Stahlfoss. Aber ich habe keine Ahnung, was ist jetzt hier. Da ging es ja zum Masterschlossel. Ich habe jetzt hier die umgedreht, ja. Da habe ich jetzt nicht gecheckt, was ich hier machen soll. Warte mal, ich habe doch eine Karte, oder? Oh Gott, ich kann die Karte nicht lesen. Warte mal, wenn ich einen Raum weitergehe, nach unten, da ist mal irgendwo eine Truhe. Jut, 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 jut. Dann schauen wir uns das mal an. Hier unten? Nee, Moment. Hier unten. Hier ist noch was. Also muss ich... War das hier das mit dem Stahlfoss-Typ hier zuletzt? Weil dann... Lass ich den erst mal im Leben. Au revoir. Okay, das war schon mal falsch. Oder? Muss ich was ganz anderes tun? Ich bin gerade... Minimal, ähm... Irritiert. Was soll ich denn hier machen? Okay. Also ich glaube, das ist dieses besagte Rätsel. Jetzt habe ich es natürlich nicht mehr richtig im Kopf. Also ich weiß... Stahlfoss... Zum Schluss. Also ich würde es jetzt nicht als Stahlfoss identifizieren, aber... Machen wir mal. Dann die Fledermaus. Okay, ja. War richtig. Gut. Wow. Ja. Jetzt ist die Frage, wo ging es denn jetzt? Muss ich hier nochmal rechts rein, oder musste ich nach unten? Ich habe den Weg echt vergessen. Ne, ich musste da rein. Oh nein. Ich habe nur noch ein Herz. Das wird jetzt lustig, ne? So, hier. Hüpfen. Ja, schön. Warte mal. Habe ich hier irgendwo noch ein Herzchen, bevor ich meinem Feind gegenüber trete? Ich würde bestimmt was mit ziehen oder werfen sein, oder? Ich kriege nochmal das Genüsschen und kann die Feder testen. Oh, Fee! Wunderbar. Wusste ich doch, dass da irgendwas geht. Ja, kann ich bitte runter? Danke. Gib Kitsch. So, ich habe nicht allzu viel Zeit. Hier, bitteschön. Wir wissen, alle Link ist busy. Ja, draußen. Ich bin so blöd. Gucken, kleiner Kackkopf. Mutti muss ackern. Oh, weh, das ist eine Kombination aus Feder und Kraftanband und Schwert. Das wird ein bisschen zu viel. Okay, ich habe einen Pott. Hohoho, ich bin ein ganz schlimmer Junge dieses Mal. Hohoho. Okay. Du bist bescheuert. Oh my. Okay. Du kannst mir nicht wehtun, solange ich in meiner Flasche bin. Oder solange ich diese Flasche habe. Ja, kann ich aber die Flasche vielleicht nehmen? Nein, kann ich nicht. Okay, 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 Junge. Ich sehe schon immer das Ernst. Das ist nicht cool. Ähm. Okay, ich wurde einfach eiskackt getötet. Äh, boah. Und du musst diesen Kackweg jetzt immer gehen. Ist ich das richtig? Das ist schlecht. Von weil ich keine Ahnung habe, was ich da jetzt konkret machen soll mit dem Assi. Also ich muss was mit der Flasche machen, das ist mir schon klar. Aber ich konnte die nicht hochfügen, wie sie da stand. Vielleicht muss ich warten, bis der Fuck-Typ in der Flasche ist, um dann, keine Ahnung, ob die nehmen und zu schleudern. Vielleicht wäre jetzt... Entschuldigung, Vorschlag. Oh Scheiße. So. Entschuldigung. Ach, Kacke, Mann. Hallo, runter! Junge, Alter, du bist voll anstrengend. So. Oh, jetzt ist wieder der Hure-Richter. Nein, Wubli. Komm mal, ja, 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 ja. Und, äh, einfach eiskalt vorbeigekommen. Getupet, Mann. So, gib mir das noch mit. Nein, du gehst schön in die Ecke. In die Ecke, Wesen, Wesen, sei es gewesen. Hat der alte Hexenmeister sich einmal fortbegeben. Und nun sollen seine Geistert mal in meinem Willen streben oder so, Leute, in der Art, ne? Ah. Geben sie Kit Kit. Kann ich den Top mitnehmen? Ich finde die nämlich schön. Nein, schade. Dann wechseln wir erstmal hier auf. Flop, flop. Ja, hohoho, ich bin ein richtig schlimmer Typ. Oh, Scheiße, ich hätte vorher abspeichern sollen. Fuckity fuck fuck. Obwohl, das kann ich dir wirklich ja nochmal machen. Mie, 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 so lange ich in meiner Flasche bin, kannst du mir nicht wehtun. Ich bin, mh, keine Ahnung. Beschweiert. Spiegel umher und werfen mit Feuer um mich, weil ich nichts anderes kann. So. Okay. Ich muss sie dann einmal anditschen, verstanden. Ditsch, 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 ditsch. Ah, scheiße. Und ausweichen. Nja, 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 du kannst mir nicht wehtun, solange ich... Ja, ich hab das wirklich, ich bin nicht dumm. Ich hab das verstanden, das hast du mir einmal gesagt, ne? Das hab ich registriert, verdommen. Ähm, ob ich jetzt darauf irgendwie eingehe, das sei doch bitte mir obliegend und alles andere ist... Okay, ich kann ja nur einmal anschlagen pro, ja, Session. Boah, ernsthaft, der wiederholt sich jetzt jedes verfickte Mal? Ja, also so wie die Augen aussehen, richtig viel mitkriegen, tut er jetzt auch nicht, ne? Du hässliches Froschfatz und Fipfi. Oh, hab ich jetzt einmal deine hässliche Flasche... Oh, cool, kaputt gemacht. Ah. Äh, du, du, du hast meine Flasche kaputt gemacht. Warum, du? Ah, du machst mich rasend wütend. Das ist schlecht. Oh, fuck. Tu mir nicht weh. Oh, fuck, 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 mal. Sicherheitshalber möchte ich doch lieber mal eine Feder. Alter, fuck, fuck, mach nicht so'n Schick-Schack hier, nein. Scheiße! Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche dir viel Spaß und wait.